Willkommen zur dritten Folge von 11. Hofberg. Heute laden wir mal, wir laden das Sturmblitz auf bis 100% und dann fahren wir es, wir fahren es dann nachher noch zum Kompost. So, da sind wir auch schon voll. Da sind wir auch schon voll. Ja, wird's. Jo, das feiten wir leider aus. Und dann bricht das weg und dann machen wir daraus noch Kompost. Ich muss erst mal gucken, wo es hier ist. Oh, hier. Wenn ihr noch mehr solcher Folgen sehen wollt, dann abonniert und lasst ihn da. Dann könnt ihr nämlich keine Folgen mehr verpassen. Aber jetzt hier das Manövrieren ist hier sehr schlicht. Einmal manövrieren. Und dann lassen wir es noch anwelken. Dann ist der Kompost. Und dann machen wir dann auch eine Plane drüber. Und dann machen wir dann auch eine Plane drüber. So, gucken wir jetzt. So. 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 Dann machen wir. Jetzt machen wir noch eine Plane drüber. So. Danke. Jetzt fangen wir zurück. Jetzt fangen wir zurück zum Hof. Ja. Das fällt. Das fällt nicht weg. Oh. Okay. So, ich schreibe meine Homme. Und dann... Das mache ich ja nur. Und jetzt... So... Jetzt werden wir hier noch mal vor der Fahrt. Was? Jetzt werden wir hier noch mal vor der Fahrt. Sag mal... Was? Jetzt werden wir hier noch mal vor der Fahrt. Jetzt werden wir hier noch vor der Fahrt. Jetzt werden wir hier noch nach vorne fahren. Und dann... Und dann machen wir Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und ein Like. Ciao!